150 ethanit leitung da habe ich aufmachen können geht hier weiter als 150 9 stockwerke 90 mietparteien jeweils 20 cm leitung geht dann hier weiter alle 20 zwei hausanschlüsse beide sind kaputt alle drei zumindest als ich die verstopfen gelöst habe hat sich hier eben mal expandiert über nacht ist es hier ausgelaufen und die verstopfung ist gerade weg die ursache aber wet wipes sehr schöner zopf